Wir spielen nur das Glück und wer Bock hat mal mit mir eine Runde zu tocken bzw. mit unserem Clan Dudes, gerne mal im Discord vorbeischauen, Link in der Videobeschreibung, ist in jedem Video dabei. Ich glaube ich kann mal mit Yasnaja rauchen. Das, naja, könnte man theoretisch mal, ich weiß nicht, wieso sind alle so scharf auf die Polizeistation, ich verstehe das gar nicht. Die Polizeistation ist gar nicht so geil, wie alle immer sagen. Außerdem ist die ultraunübersicht. Let's have a look. Hölle los, ja. So wie denn. Und meine, ja. So. Wundervoll. Hölle. Keine Sorge, den kriegen wir schon. Oh. Da halten wir doch gerne ein bisschen nach, oder? Und da. Die Umpa Lumpa. Fahne. Was ich noch gerne hätte, wenn es gut. Klingt. Not cool, man. Wo ist der Kasper? Das ist für ein Knife. Kann ich vier drauf machen. Burst. Das ist doch eigentlich doch. Vier mit Burst. I like. Weiter. Weiter. Also, man kann auch mit dem... jetzt schock als gut jetzt kommen wir langsam So weit, so gut, oder? Wo sind sie die Burschis? Könnte ich was mir machen? Könnte ich was mir machen? Ich habe eine Idee, ich will die SLR nicht, weil ich gerne SLR spiele, dann wäre das toll, ich will die Burschis. Was ist sonst die Burschis? Was ist sonst die Burschis? Was ist sonst die Burschis? Überall sind welche. Was ist sonst die Burschis? Oh, das war blöd. Oh, blöd! Auch blöd! Auch blöd! Oh mein Gott, wie ich mich anstecke. Dann schneide ich nachher alles raus. Ja, also Treffen ist heute irgendwie nicht so meine Schlage. Ich kann mich veräppeln. Das ist irgendwie so. Ich kann mich veräppeln. Lass mich fahren. Was hab die B'recke? so und jetzt was macht der typ da hinten ich war drauf ich war hundertprozentig drauf hundertprozentig war ich drauf ziemlich sicher da war noch eine nur keine ahnung wo das ist das eine Rebüte das ist natürlich jetzt für ihn blöd da ist jetzt auch noch sein reifen hat er was schönes der hatte doch bestimmt irgendwie guten guten dann nicht so wie ich tippe ich jetzt mal m24 ne 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 jetzt rein mit den pankillers und den ganzen busch das ist nicht so gut recht zudem ist auch noch weg wer wollte denn noch Da waren noch welche, links. Links waren noch welche. Hinter uns auch noch. Schauen wir mal. Ich darf echt den K-98 spielen. Ich schau da in die Richtung vor Maximus und Tobi. Pädel zu dem Nettel. Wir bleiben drauf. Auf dem Gas. Wir bleiben. Hier ist ja nichts. Gut. Dann müssten wir jetzt. Das fällt mir nicht. Regel Nummer eins. Wenn du drauf gekommen bist, sind alle anderen auch schon drauf gekommen. Drei. Drei. Drei oben. Drei. 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 Ui, ich zieh dich. Ich schaue mich dazu. Drei. Warte. gecheckt, dass ich da bin. Ich glaube schon, dass er gecheckt hat, dass ich da bin. Es wird überall noch gebeten. Es wird sich dann da schon. Es wird überall noch geballert, aber es ist mir burscht. Das ist mir burscht, ich hätte das mal ein bisschen überprüfen. Ist das ein Player oder ist das ein Echter? Ich gucke auch an das Echter. Ich glaube, es ist ein Echter. Gut, Maximo Centurio, der war für dich. Ist der Stalligut. Ein Hanson-Board. War auch nicht der Stalligut. Ich hab jetzt doch schon ein paar Headshots gemacht. Also Maximo Centurio, das sei nicht so. Wenn jetzt keiner von hier kommt, bin ich safe. Wir können jetzt hier echt in alle so abwarten. Hier wird's Action geben, hier wird's Action geben. Alles tut die Banane. Enten ist bestimmt auch noch Action. Ach, ist mir alles wurscht. Chill hier. Gorillas im Nebel. Und hier hat er das auch gemacht. Ist nur das. Hier hinten. Das ist er. Hier, das muss sein. 10. Kann er mich sehen? Warte mal. Hier. Kann er mich zinkern? Shit. Nee, ist wahrer, ne? Oh, du machst den Platz. Mir wurscht. Ignorieren. Oh, du machst den jetzt noch einen Platz. Weiß ich, ne? Sieht nicht so aus, ey. Boah, der Wind. Nebel auf dem Berg. Oh, mein Gott. Na komm, lass den mal rein. Hm, hm. Das war er nicht. Kommt jetzt hier gleich an. Der kommt jetzt gleich von rechts. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hinter diesen Hügel dann noch einer ist, ist recht groß. Da oben. War noch irgendein Schally-Typ. Und die Chance, dass jetzt einer auf mich direkt zugepusht wird durch die Zone, ist auch relativ groß. Hab ich nicht klar? Verhältnis. Komm her. Beine Ahnung, ist ja okay. Okay, irgendein Typ mit der Max-Bad hat ihn gekillt. Nice. Von dem muss ich mich jetzt gar nicht mehr kümmern. Links von mir ist noch ein Typ mit der Max-Bad. Gut. Damit werden wir raus. Was für Nummer? Warum wackelt mein Boden? Nee, der läuft nicht mehr. Das war's. Witzig. Okay, der wurde von dem Typen mit der Mark-12 gesehen. Aber angefangen drauf zu schießen. Ist da oben gerade was bis sich bewegen sehen? Oder wäre ich jetzt aber noch eh hier? Zone bitte zu mir. Zone bitte zu mir. Ah, mit ganz. Wo ist die Brunnenmitte? Irgendwo da vorne. Wir warten kurz. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich habe ihn gesehen, klar. Nicht drauf, geht drauf. War der nicht drauf, oder? Okay. Gut, muss ich mich schon nicht drücken. Da ist echt noch einer? Nee. Ich mag es hier. Ah, ich sehe einen, oder? Habe ich da gerade einen gesehen? Ah, ich sehe einen, oder? Ich sehe ihn. Können wir jetzt nicht zu wirklich hier doch. Rein, 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 rein. Gute Mappe, Aua Ach, da ist die Leute keine Sonne heute Wer weiß, dass ich da bin Das hat auf jeden Fall wehgetan Was ist denn der andere, das ist ein Bot, ne? Die Zone ist schön aus Die Zone, da würde er sich jetzt Gleich ein Problem Einsammeln Leider kann ich immer haben Ja, ist noch da Muss noch da sein Komm nur mal raus, hm? Ja, er schießt drauf What? Schießt nicht auf mich, schießt auf den anderen Das hat für mich ein bisschen Kram hier Der ist tot, okay War ein paar Headshots mit dem Karabiner dabei Maximo Zenturi, ich schaue in deine Richtung Danke fürs Zuschauen Macht's gut, bis zum nächsten Mal Und wenn ihr gerne mal mit uns zocken wollt Dann gerne im Discord vorbeischauen Bis dahin sage ich Servus, passt auf euch auf Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen Wer A sagt, muss auch B sagen Und tschüdelü Ciao, ciao